Musik 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 Für die Pläne für die Spurkontaktoren nach der Öfferkoppe auf Stemmer! Und er geht, er geht, hier ist ein Puhn-Buhn, ... erfordert den Vortritt auf Städte 93, Liga 69. 93, 69, Stühlefort! ... die lange armer Fahne, nein die roten Städte, ... und erhört den Applaus von dem Fenster der Städte, ... er hat ihn die Führung gefahren, Leute, kommt raus hier, ... erhebt euch aus der Belaksane, er hängt die Hände, ... wir wollen einen riesigen Applaus hören für den Gast auf Telemark! ... im Stattarm, im Stottomolitan, der Superfulle-Nordent, ... sich bei der Superstock-Nordentorren, ... und dann zu den Top-Nordentoren in Europa hören! ... währenddessen laufen die Fahrtenmotoren vom Black-Power-Ramen, ... die 2,5-Ton-Klasse macht sich bereit! ... noch einmal, es wird vorgefahren, ... steh nicht gerade vom Rennzeil, ... ich glaube, dass der Wagenkommissage noch sehr grundsätzlich ... mit der Zeitversuch, mit der 3-Minuten-Fest, ... hoffentlich kommt er jetzt nicht irgendwo das Kleidchen, ... wer hat die 3-Minuten-Oben-Sicht, ... denn die Hand hat sich nur, um den Führungswagen zu gehen und umzuschlafen, ... und dann könnte die Diss-Valifikation folgen, ... lassen wir uns überraschen, ... die letzte Vorbereitung in Lauf hin, ... oh 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 oh, nein, nein, ... kommt jetzt mit der Rotenflagge! ... jetzt kommt der mit der Rotenflagge! ... oh 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 oh! ... ... halt, sechsmal oder準, ich hab' die Gefühl gehabt! ... oh 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 oh!! ... jetzt lag' er mit der Sofa ... oh oh! ... Leute Leute Leute! ... er steht bereit! ... jetzt bin ich heute angefangen! ... Lass dich nur so fahren! Was? Nein, wir wollen nicht mal hinzugehen. Er fährt so zu, für euch. Das habe ich jetzt einfach mal kurzfristig arrangiert, weil sich auf der Wahlkommensplanung jetzt ein bisschen glücklich ist. Aber er fährt jetzt das auch als Aufreiz der Werke. Und ich habe ihm gesagt, der hat den zweiten Platz sicher. Hinter uns geföhnen wir. Aber er sagt das ganze so, Entschuldigung Charlie, ich muss wieder kurz angreifen. Er will es einfach noch einmal probieren. Und jetzt fühlt sich die Frischow noch einmal 4.000 vorbewerden. Auf der Ehrmacht! Für euch noch einmal kurzfristig vor Ort der Gastronomie! Ganz herzlichen Wohl! Juni, 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 Juni! Das ist das Tor! Ei, 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 ei! Und dann kommt Hans-Fürgen Ehlers, der Veranstalter persönlich, der Zugfahrer, und sagt Danke für dieses So-Pul. Hans-Fürgen, der Gast aus dem Wagen war es nach zuletzt, Er hat seine erste Zusicherung gemacht! Ja, der hat das gemacht! Das war so ein Schlepper! Schlepper und Ende, der Fortschlepper! Für Sie noch einmal! Und er läuft! Sie ist zugekommen! Und habt wieder einmal diese Applaus für das Spiel! Für euch mit so! Ein verkraftlicher Auftritt! So! Fantastischer Auftritt! Ja, so geht es natürlich auch! Nichts Qualifikation! Treibende überschütteln! Er hat die 3 Minuten quasi überschütteln! Er nimmt den Helm, aber er lässt sich feiern in Hamburg! Er hat den guten Platz sicher! Jetzt bin ich mal gespannt! Hier braucht es nicht mehr fahren! Wir haben den Sieg in der Tante! Habt ihr noch einmal gekommen? Hallo, Alexi Madel! Wow! Watt ihr euch?